Ein galaktisches Ho-Ho-Ho zum Nikolaustag. Wir öffnen jetzt gleich gemeinsam das Türchen Nummer 6 und schauen, was sich dort in unserem Weihnachtsstiefel verborgen hat. Ach wie cool, es ist eine Minifigur. Das freut mich immer sehr und ist natürlich auch schön, zum Nikolaustag eine Minifigur zu bekommen. Das 212. Angriffsbataillon war eine aus 576 Klonsoldaten bestehende Einheit der Republik. Es wurde oft vom Klonkommander Cody und Jedi-General Obi-Wan Kenobi persönlich ins Feld geführt. Mit der heutigen Minifigur erweitern wir unsere Klonarmee und können den 212. Trooper gut verwenden, um ihn bei diversen Mocs oder so auszustellen und unserer Sammlung hinzuzufügen. Schreibt doch mal unten in die Kommentare, wie viele Trooper der 212. ihr in eurer Armee habt. Und dann sehen wir uns morgen. Bis zum nächsten Mal.